Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-Strategiespielen und Zwergenfreunde zu Spellforce, Wolf of Winter. Auf meinen Befehl, vorwärts. Ja, wir sind groß beim Trolltöten. Schnell! Was aber auch ziemlich viel Aua macht. Schnell! Bereit, mir nach! Schnell! Folgt mir! Auf mein Kommando! Kämpft, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Meine Ahnen rufen nach mir! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Bereit, und los! Schließ die Reihen! Groben Krieger zu dir! Rückzug, wir haben einen von ihnen besiegt. Sofort! Auf mein Kommando! Mir nach! Auf meinen Befehl! Steh bereit! Und so kriegen wir die anderen drei auch noch. Mit jedem wird's ja einfacher. Und wenn's eigentlich nur noch die drei Schläger sind, sollte's sowieso einfacher werden. Die Rune ruft! Zu Befehl! Zu Befehl! Ja, und dann können wir uns nochmal hier um das Tal kümmern. Mal gucken, ob wir da ein halbes Level noch rausholen können. Ich hoffe mal. Mal gucken, ob wir da ein paar Bonus-XP kriegen, dafür, dass wir die Trolle getötet haben. Sofort! Und los! Und los! Ja! Kämpft, Männer! Du bezwingst mich nicht! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Du bezwingst mich nicht! Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando! Für die Rune! Geister! Steht mir bein! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Hilf! Mehr Falne! Schlagt sie zurück! Dann, alten Männer! Meine Ahnen rufen nach mir! Okay, klappt doch schon mal viel besser. Du bezwingst mich nicht! Wohnen Krieger zu mir! Oh. Ich sollte dich sterben. Kriegt Verstärkung! Meine Ahnen rufen nach mir! Geister! Steht mir bein! Verstärk die Decke! Für die Rune! So, erstmal den Uruk-Schläger weg. Ja! Kämpft, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Gut. Was traubst du? Kaiserlichen Gardehelm und ein Schenkelknopf. Für die Freiheit! Der Schenkelknochen wird wahrscheinlich später noch für den Knochenschnitzer wichtig sein. Ja, vorwärts! Zum Angriff! Weil wir haben ja auch schon noch einen Knochensplitter. Und Bluedelsteine. Ja, vorwärts! Hier, sofort! Schnell! Gut. Damit sind wir die Trolle hier einfach nochmal los. Das heißt, wir könnten unsere Elfen mal wieder hier den Berg runterholen. Da oben sollte nämlich nichts Gefährliches mehr sein, außer irgendwas Neues ist gespawnt. Ah ja, Trolle weg. Dadurch können wir auch die Statue nicht mehr benutzen. Auf mein Kommando! Und ja, wir hätten die Trolle auch einfach gegen Tilga nachhetzen können, um sie zu vernichten. Hätten wir allerdings ein bisschen an Erfahrungspunkten verspielt. Vorwärts! 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 Ah, und da ist die Tiere. Na gut, mit Zandzaut seinen Jungs können wir uns auch demnächst noch anlegen, so wie es aussieht. Aber ich will, wie gesagt, jetzt erstmal dieses Tal fertig kriegen. Oh, der Maskierte, wartet mal kurz hier. Gehen wir erstmal zum Maskierten, die Rune erwecken, dass wir gucken können, ab welchem Level die ist. Ich schätze mal auch ab 19, wie die beiden. Ah, die Rune ist zurück. Ich habe hier den Runenstein einer Elfe. Lasst sehen, und schon ist er erweckt. Ein neuer Krieger in euren Reihen. Besser gesagt, eine Kriegerin. Ja, was auch immer er immer davon hat, dass er uns hilft, diese Rune zu erwecken. Und ja, wie ich vermutet habe, Stufe 19 müssen wir haben. Also doch zweieinhalb Stufen dauert noch ein bisschen, also. Ja, noch eine Stufe auf... Ne, ehrlich gesagt würde ich lieber gleich Schilde auf 6 zu bringen. Da kann ich nämlich... Oder wie viel brauchen die Schilde, die Kunden, die ich hier habe, die beiden? Schilde 6, ja. Ist auch halt auch die Frage, welchen von beiden ich nehme. Äh, hier runter. Folgt mir. Sofort. Folgt mir. Sofort. Und los. Oh, da kommen sie schon. Für die Rune. Mehr Weine. Das bereust du. Sofort. Sofort. Oh, ist ja wieder gut, was respawnt hier. Und los. Und los. Folgt mir. Verstärkt die Deckung. Schlag sie zurück. Geht mir bein. Feindlicher Angreise. Fließt die Reihen. Meine Ahnung rufen nach mir. Haltet durch, Männer. Schlag sie zurück. Das ist ein Hinterhalt. Schlag sie zurück. Geht mir bein. Feindlicher Angriff. Fließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Vorwärtskrieger. So, komme ich an die Kiste ran? Verstärkt die Deckung. Ja. Oh. Kämpfer und... Bereit. Volg mir. Priester. Zur Ehre Aonius. Verstärkt die Deckung. Du bezwingst mich nicht. Stand halte, Männer. Dann nicht da. Sie sind überall. Ich habe keine Reihen. Fließt die Reihen. Linien müssen halten. Schlag sie zurück. Wir werden angegriffen. Schließt die Reihen. Versucht nur. Okay, jetzt kommen Betrachter. Schließt die Reihen. Geht so in Gefahr. Haltet durch, Männer. Schlag sie zurück. Verstärkt die Deckung. Stehbar verstandener. Ich habe keine Reihen. Vorwärtskrieger. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Schlag sie zurück. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Okay. Dann reißen wir mal noch einen Krab ein. Gucken wir mal, ob da was stärkeres kommt. Sie sind überall. Geht so in Gefahr. Geht so mal heilen. Runenkrieger zu mir. Schlagt sie zurück. Das ist ein Hinterhalt. Zu eurem Dienst. Reift sie an. Sie sind überall. Kommt hier. Die Medien müssen halten. Feindlicher Angriff. Okay. Haltet durch, Männer. Geister. Steht mir bei. Tag nicht nach. Haltet durch, Männer. Hier. Sofort. Schnell. In die Schlacht. Verstärkt die Deckung. Dann halten, Männer. Auf meinen Befehl. Für die Rune. Also ich glaube fast nicht dran, dass wir hier das... Drettel Level, was da ungefähr fehlt. Das ist ein Hinterhalt. Ja, vorwärts. In die Schlacht. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer. Nach dem letzten Spawn jetzt... Spawn jetzt... Spawn jetzt... Spawn jetzt... Schließt die Reihen. Sie haben Erfahrungspunkte. Doch, das... Schlagt sie zurück. Ach, Feinde. Schickt Verstärkung. Das könnte gut werden. Schließt die Reihen. Geht so in Gefahr. Geister. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Kommt her. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. Also ja, das Leben werden wir hier noch sicher hinkriegen. Versucht's nur. Schlagt sie zurück. Ich sag mal, wer dessen hier ein, was hier noch so getrocknet ist. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Mehr Feinde. Ach, Feinde. Ja, vorwärts. Okay, grünes Juwel. Eine Schädelmünze. Kämpft, Männer. Auf den Knochen. Bereit. Zone der Heilung. Und los. Hey. Mir nach. Ein bisschen Drop-Glück. Schnell. Ja gut. Zone der Heilung 4 nehme ich gern. Ich kann den hier rausschmeißen. Ja, Feinde. Schließt die Reihen. Ja, ich hab ne tolle Sortierung. Hier. Zum Angriff. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Ja. Kämpft, Männer. Ja. Na gut, ich werd hier noch fünf Minuten bleiben. Vielen Dank.